Hi, willkommen zu meinem allerersten Buju Video auf diesem Kanal und zwar habe ich hier kein richtiges Buju, sondern so ein Buch, das ist von der Xlater, da möchte ich den Einwand aber auf jeden Fall noch schön machen und dann habe ich hier noch diese Klebezettel, das sind so diese Kategorien, die ich in meinem Heftjob, also in meinem Buch, vertreten habe und die klebe ich mir immer da vorne hin, wenn das gerade nicht mehr aktuell ist. Meine allererste Seite war dann so ein Kalender, wo ich dachte, das ist vielleicht ganz cool, also weil das halt viele haben. Ja, dann kommt meine Budgetseite plus Ausgabenseite, also da habe ich einfach alles hingeschrieben und habe mir auch markiert, was da besondere Ausgaben waren. Dann kommt eine Inspirationsseite, die Seiten liebe ich sehr gern, weil da kritze ich immer einfach alles rein, was mir so irgendwie als Inspiration einfällt oder so Sprüche und Texte aus Büchern zum Beispiel. Dann hatte ich noch einen Videoplan, den habe ich auf jeden Fall nicht mehr so gelassen, den hatte ich glaube ich zwei Monate so lange geführt und dann kennt ihr vielleicht aus meinem Instagram, habe ich eine Urlaubs-Bucketlist geschrieben. Da hatte ich mir so Dinge aufgeschrieben, die ich in meinem Urlaub machen wollte, der im Herbst war. Einige Dinge sind dann noch offen geblieben und die möchte ich einfach jetzt im Laufe der Zeit noch machen. Dann hatte ich wieder eine Inspirationsseite, die war dann für November und Dezember, weil ich da irgendwie im November nicht viel gemacht hatte und habe die dann einfach erweitert und ja, dann wieder eine Finanzenseite und wieder die Kalenderseite, die dann für Dezember war. Die habe ich wie gesagt nicht weitergeführt, ich hatte das dann so mit Farben, mit Sport und Arbeit und Schule markiert und ich habe aber gemerkt, ich nutze das überhaupt nicht. Und dann hatte ich wieder diese Videoplan-Seite, hatte ich mir unten in die Notizen geschrieben, dass ich das zum Beispiel nicht mehr brauche und was ich noch ändern möchte und dasselbe auch für Instagram, was ich auch nicht mehr so mache, weil es bringt mir halt irgendwie überhaupt nichts, habe ich gemerkt. Aber lieber ausprobieren, ne? Und ja, dann wieder eine Finanzseite und dann habe ich noch einen Habit-Tracker gemacht und den muss ich sagen, liebe ich. Also den habe ich jetzt auf jeden Fall auch weitergeführt und ein bisschen ausgefeilt und neue Ideen noch gesammelt nebenbei, die ich machen möchte. Und ja, dann hatte ich noch eine Geschenke-Seite, die habe ich mir von der Mara sogar abgeguckt und habe die nachgemacht. Ich habe die leider nicht ganz so verwendet, wie ich die wollte, aber naja. Ja, und so beginnt jetzt mein Würde-Journal für 2020 und mal schauen, wie das jetzt wird. Also ich habe es auf jeden Fall jetzt mitgenommen und dann starten wir mal. Was ich immer zuerst mache, ist durchplanen. Also ich schaue immer, was möchte ich dabei haben. Dann schreibe ich mir das mit Bleistift oben hin. Weil manche Kategorien brauchen einfach zwei Seiten, manche nur eine. Und dann habe ich so verschiedene Stifte, also Feinleiner in verschiedenen Stärken. Und dann habe ich angefangen, schon die Jahresbuckets zu machen. Und dafür habe ich einfach vorne dann immer so ein Kästchen gezeichnet und dann eine Linie, damit ich hinten schreiben kann, was. Und genau, das genau seht ihr jetzt alles hier im Video. Mir ist nämlich aufgefallen, diese Bucket-Liste, die ich hatte im Herbst, die hat mir irgendwie schon ziemlich gut durch den Alltag geholfen. Und ich fand das eigentlich eine ganz coole Idee, einfach mal so Dinge wieder neu auszuprobieren, die man irgendwie früher gern gemacht hat, die man irgendwie vernachlässigt hat und dann gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte. Und ich habe mir dann überlegt, so etwas könnte ich doch einfach für das ganze Jahr machen. und werde mir hier einfach Buckets schreiben, die zum Beispiel manche halt nur im Sommer wirklich gut gehen, manche gehen vielleicht im Winter besser oder manche kann ich das ganze Jahr über gut machen. Und ja, möchte einfach mal schauen, ob ich das denn mache am Ende und was denn alles abgekreuzt wird oder abgehakt wird. Mir gefällt auch mega immer dieses einfach kreativ sein und einfach abschalten können. Und ich mag diese Schreibschrift mega, mega gern. Ich habe die das allererste Mal so bei Sissi gesehen auf dem Kanal. Und ja, irgendwie mache ich das seitdem nur noch gefühlt, wenn ich irgendwas mit Überschriften mache. Und das gefällt mir mega gut. Und ja, mal schauen, wie weit sich das noch führt hier in dem Buch. Was am Anfang meines Bullet Journals auch nicht fehlen sollte, sind so Morgenroutinen beziehungsweise Routinen, die ich habe, wenn ich zum Beispiel Frühschicht habe oder wenn ich Spätschicht habe, Schule, frei, je nachdem. Ich habe mich jetzt aber dafür entschieden, dass ich nur eine Routine zur Frühschicht und zur Spätschicht mache, da das bei der Schule eigentlich, also, ich weiß nicht, ich glaube, das wird sich eher an meine Frühschicht dann so ein bisschen anpassen, nur dass einfach alles ein bisschen später ist. Und frei werde ich mir, ja, ja, immer irgendwie frei halt irgendwie gestalten. Also je nachdem, wann ich ins Bett gegangen bin, wann ich aufstehe, auf was ich Lust habe, wird sich das dann einfach alles ein bisschen so legen, wie ich mir das denke. Mir ist aber einfach jetzt wichtig, das mal in meinem Bullet Journal festzuhalten. Das hatte ich nämlich auch schon seit einem Monat oder so vor. Und habe das dann aber irgendwie nicht gemacht. Und jetzt, durch die kleine Kooperation mit Mare, habe ich mir gedacht, ach Mensch, das wäre eigentlich jetzt eine Idee, wenn das Jahr jetzt neu anfängt und mein Bullet Journal sozusagen jetzt neu anfängt und vielleicht auch besser wird, weil ich jetzt ein bisschen Erfahrung gemacht habe die letzten Monate, was ich so brauche und was nicht. Könnte das ja mit rein. Und das habe ich mir dann auch mit ein paar kleinen Bildchen irgendwie schön gemacht. Und ich finde die Seiten richtig, richtig schön und würde die am liebsten jeden Monat machen. Aber ja, so oft ändern sich Routinen ja leider nicht. Übrigens ist das Video hier in Kooperation mit Mare vom Kanal Mare Honig. Die kennt ihr vielleicht schon, weil mit ihr habe ich auch schon mal eine Kooperation mit einer Foodbox gemacht. Und wir dachten uns, wir starten das neue Jahr mit unserem neuen Bullet Journal beziehungsweise mit unserem neuen Design. Bei ihr ist es aber ein komplett neues Buch. Und ich fände es mega cool, wenn ihr bei ihr mal vorbeischaut. Sie hat das nämlich auch sehr, sehr schön gestaltet, also wie ich das hier im Video sehen konnte, was sie mir geschickt hat. Und ja, wenn ihr da mehr sehen wolltet oder ihr möchtet, dass wir mehr kooperieren, dann könnt ihr das sehr gern unten in die Kommentare schreiben, denn wir machen das irgendwie sehr, sehr gern und freuen uns da immer wieder drauf. Das Video ist unten in der Infobox verlinkt. Das kommt aber erst am Samstag online. Also könnt ihr da auf jeden Fall gespannt bleiben und mal vorbeischauen. Mir kam dann noch die Idee, weil ich ja diese Weihnachtsgeschenke-Liste hatte, das einfach für das ganze Jahr auch zu machen. Denn ich habe eigentlich auf meinem Handy so eine, also auf der Notizen-App habe ich dann so eine Liste, wo ich immer alle Geschenke-Ideen reinschreibe, wenn ich welche habe für Freunde oder Familie. Und ich habe mir gedacht, das könnte doch eigentlich auch in meinem Hutschuh rein. Und da könnte ich immer Ideen reinschreiben. Ich könnte dann auch abhaken, ob es schon besorgt ist, ob ich es schon verpackt habe. Und daneben dran kann ich noch hinschreiben, wenn ich vielleicht doch nochmal andere Ideen habe oder irgendwas in Kombi verschenken möchte. Und ich hoffe, dass diese Kästchen reichen. Ansonsten muss ich das nochmal neu machen. Und als nächste Seite kommt wieder eine Inspirationsseite. Die wird jeden Monat wahrscheinlich neu gemacht, da ich jeden Monat wahrscheinlich auch neue Inspirationen gesammelt habe oder hoffentlich. Und daneben habe ich eine Video-Ideen-Liste gemacht. Die wird, denke ich, auch monatlich gemacht. Hier habe ich mich auch an einer neuen Schrift probiert. Die habe ich ja vorne auch schon genommen. Und finde die eigentlich irgendwie ganz cool. Die ist auch total simpel. Also habe ich noch nie gemacht, aber ich fand das eigentlich ganz cool. Und ja, mal schauen, wie ich diese Liste führen werde und ob ich sie überhaupt lange führen werde. Das werde ich einfach sehen. Ja, und dann komme ich zu meiner Lieblingsseite. Es sind irgendwie die Habit-Tracker geworden, muss ich sagen. Das hätte ich nie gedacht. Ich habe immer früher gedacht, warum machen das Leute? Und ich muss sagen, es macht übelst Spaß. Also es macht richtig, richtig Spaß, wenn du irgendwas davon gemacht hast an dem Tag und das dann so nicht abhaken, sondern diesen Tag so markieren kannst. Und ich habe das jetzt das allererste Mal im Dezember gemacht, also für den Monat Dezember. Und es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe mich jeden Abend hingesetzt und wollte so viele farbige Kästchen machen, wie es nur ging. Und war dann enttäuscht, wenn ich gemerkt habe, oh, du hast gar nicht so viel gemacht heute. Genau. Und ich habe das jetzt alles so ein bisschen am Blau gehalten, weil ich mir dachte, es passt sehr gut in den Januar dann rein. Einfach, ja, weil es kühl ist. Und genau. Ja, und dann kam schon meine Budgetseite. Also da, wo ich meine festen Ausgaben reinschreibe, wo ich mein Gehalt reinschreibe, das ich diesen Monat bekommen habe, wo ich vielleicht noch Einnahmen mit reinschreibe, was auf meinen Sparkonten ist. Alles Mögliche, was irgendwie mit meinem Geld zu tun hat. Und das habe ich jetzt auf einer Einzelseite, weil dafür brauche ich nur eine, da meine Ausgabenseite wahrscheinlich wieder zwei Seiten braucht am Ende. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass das auf eine Seite hier kommt und dass dann die nächsten Seiten sozusagen meine Ausgabenseiten werden. Und ich mag diese Seiten irgendwie auch mega gern, aber ich musste bis jetzt jeden Monat irgendwas ändern an meinen Kästchen, weil dann irgendwie doch was gefehlt hatte. Weil zum Beispiel GEZ zum Beispiel zahle ich halt nur alle Vierteljahre sozusagen. Und genau. Und die nächste Doppelseite wird dann meine Ausgabenseite. Und da habe ich aber jetzt erst mal nur eine Seite gemalt oder bezeichnet, ja, ausgeführt sozusagen, weil ich auch schon einen Monat hatte, wo ich nur eine Seite gebraucht habe. Und ja, es gibt aber auch Monate, da gibt man gerne mehr aus, beziehungsweise man hat kleinere Ausgaben mehr. Und deswegen, ja, werde ich einfach auf gut Glück mal schauen, wie viel ich brauche. Ja, zu guter Letzt kommen wir dann auch schon zum Gestalten meiner Seiten. Also das mache ich wirklich immer ganz zum Schluss, wenn ich meine Grundgerüste schon soweit stehen habe. Bei meinen Jahresbuckets habe ich dann auch einfach sozusagen alle Jahreszeiten versucht reinzumalen, da das ja für das ganze Jahr ist. Und dann halt nicht nur den Herbst oder den Winter reingetan. Und ja, also es macht mir irgendwie mega viel Spaß. Und hier seht ihr mal, was ich komplett überall gemacht habe. Ich habe jetzt nicht alles aufgenommen. Ja, bei meinem Habit-Tracker werde ich zum Beispiel auch mit dem Blau weiter fortfahren, also die Tage sozusagen mit dem Blau auch farbig markieren. Und meine Gehaltsseite oder meine Budgetseite sozusagen habe ich auch schon ausgefüllt jetzt mittlerweile. Und hier kommen dann auch noch Dinge rein, die ich jetzt ausgegeben habe. Die habe ich natürlich jetzt in dem Video noch nicht drinnen gehabt. Ja, ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr mir das sehr gerne auch unten in die Kommentare schreiben. Vergesst nicht, bei der lieben Mara noch vorbeizuschauen, denn mit ihr ist das Video ja entstanden zusammen. Und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da mal unten vorbeischaut. Also wie gesagt, das Video kommt am Samstag online. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video bald wieder. Tschüss.